Get ready with me, während ich eine Midlife-Crisis habe, dir geht es auch so, dann bleib auf jeden Fall dran. All jokes aside, ich bin natürlich noch nicht Midlife, ich bin 28 Jahre alt, aber in zwei Jahren werde ich 30 und ich habe das Gefühl, die große 30 macht so vielen Leuten einfach Angst. Und ja, Alter, ist natürlich nur eine Zahl, aber irgendwie hat diese spezifische Zahl irgendwas an sich, dass man so ein bisschen durchdreht. Wer fühlt es? Ich meine, auf der einen Seite strahlt die Zahl auch viel Positives aus, irgendwie ein Sophisticated, ich habe mein Shit Together, Hashtag Girlboss Error. Aber damn, Leute, geht es nur mir so? Irgendwie finde ich, das verursacht auch extremst viel Pressure. Denn ganz ehrlich, mal real talk hier, ich fühle mich eher komplett lost in meinem Leben, als auf irgendeine Art und Weise accomplished. Weiter geht es mit Concealer. By the way, falls ihr irgendwie Produktdetails wissen wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare in dem Video, spreche ich nicht über meine Shades oder sonst was. Also leave me a comment. Aber ganz ehrlich, seit ich aus der Schule, im Studium raus bin, wache ich jeden Morgen irgendwie auf vor der Arbeit und denke mir einfach nur so, why? Why? Irgendwie ergibt nichts mehr so richtig einen Sinn. Habt ihr auch das Gefühl, bin ich da alleine? Lass es mich wissen. Persönlich habe ich echt das Gefühl, das ist einfach so ein Society-Ding. Man ist halt endlich aus diesem Hamsterrad raus, von wegen Grundschule, Abi, Studium, immer weitermachen, immer mehr, immer Progress. Und jetzt, jetzt ist es irgendwie plötzlich so Stillstandgefühl. Ich meine, was ist jetzt der nächste Step, you know? Es sagt einem halt einfach keiner mehr, was man machen soll. Und gefühlt gibt es kein großes neues Ziel mehr im Leben. Weil früher hat man halt einfach kontinuierlich neue Ziele gehabt geführt. Ich meine, klar, manche haben die Ziele natürlich zu heiraten, Kinder zu bekommen. Aber für mich ist das jetzt zum Beispiel nicht so eine Prio. Insofern, was gibt es da? Ja, geil, immer eine Gehaltserhöhung. Aber irgendwie ist da einfach nichts. Normalerweise würde ich meinen Bronzer immer vor meinem Blush auftragen. Aber ich habe jetzt so viel geredet, dass ich das irgendwie verdöselt habe. Aber egal. Aber irgendwie war man ja schon so jahrelang darauf getrimmt, immer den nächsten Schritt zu erreichen, immer Progress zu sehen, erste Klasse, zweite Klasse und so weiter und so fort. Und dass das jetzt irgendwie im Erwachsenenalter nicht mehr so ist, finde ich irgendwie persönlich richtig ernüchternd. Don't get me wrong, das ist natürlich absoluter Privilege-Talk, also meckern auf hohem Niveau. Eigentlich geht es mir natürlich gut, aber trotzdem habe ich das Gefühl, darüber könnte mehr gesprochen werden. Also falls es dir auch so geht, let's talk about it in den Kommentaren. Lass es uns vielleicht einfach mal normalisieren mit fast 30. Keine Ahnung zu haben, wo das Leben hinführt und was das größere Ziel ist. Ich finde, wir machen uns einfach alle viel zu viel Druck den ganzen Tag. Das ganze Leben lang eigentlich. Und das ist doch wirklich schrecklich. Falls du Lust auf mehr Deep Talk hast, dann mach auf jeden Fall das Plus weg und wir sehen uns in Part 2.